Du hast endlich geschafft, dass du das ganze Ding aufhörst. Ich glaube, dass ich dich gratuliere, bevor ich eine Bulle in deinem Kopf schreibe. Lass uns die Chit-Chan stoppen. Lass uns den Arschkicken in deinem Arsch kommen. Yes, Sir. Evil me, komm raus, ich werde dich schreien. Nee, 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 nee. Das kannst du voll vergessen. Alter, du gehst mir so auf den Sack, ne? Aber so auf den Sack. Hä? Wo kommen denn die... Lass mal auf, um mich zu schießen. Ich bin schon bereit. Du bist ein A1-Superhero, Arsha. Aber was getan ist. Du kannst nicht stoppen. Du kannst nie kommen. Du fällst nie. Das ist das, was du machst. Das ist das, was du hast. Das ist das, was du hast. Das ist das, was du hast, Simon, die Babysittingen der Gang und Pugs, als sie unterhörten Simon. Das ist das, was du hast. Das ist das, was du hast. Das ist das, was du hast. Du kannst mich schütteln. Ich habe eine Schild. Ich habe eine Schild. Dafür sind die Typ mich kurz zu gebrauchen. Okay, fuck you, Generator. Come mit. Nee, ist so vorschnell, mein Freund. Evil me. Du bist nicht evil genug. Ich habe das Gefühl, mein Engling wird besser. ein bisschen. Man, schon wieder? Oh, nee! Terminator! Nein! Oh Gott, zwei Terminator! Was ist hier los, Mann? Okay, come on! On your knees! Äh, on your food! Aua, aua, aua! Ich wollte ein paar Handlanger erschießen, oder ein paar Roboter, je nachdem. Aua, aua, aua! Oh, bleckiges Scheiße! So, ich hab wieder Leben! Ah, nein, ist da vielleicht noch einer! Ach, Alter! Die ist hier nicht zu gebrochen. Komm, steh auf! Keine Fresse, aua! I need a shield! Aua! Danke, du bist gerade echt nicht. Oh! 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 Nein! I don't believe those things! Just keep biting! Versuch's! Versuch's! Aber es ist nicht ganz einfach. Alter! Bitte! Jetzt, komm halt hoch, Mann! Das ist, weil ich meine Beleiter nicht geskillt habe. Aber die müssen halt auch mal selber zu sehen, wie sie klarkommen. Freunde! Ich bin ja nicht euer Babysitter! Alter! Kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit zu verrecken? Jeder hat hier seine Probleme. Aber ich höre jetzt ganz besonders viele davon zu haben. Genau, fokussiere sie. Okay, dann kann ich dich ganz in Ruhe abschießen. Äh, und? Ich war hier kurz. Aber wir sind halt packen. Oh mein Gott! Evil me will die! In pain! Komm schon! Zeig dich! Show yourself! Ich will die Sache mit den Generatoren. Jetzt aber! It's over! 9000! Äh, was? Aber... Jetzt ist Schluss, Mann! Endgültig! Die! 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 Grofe! Die! Die! Die vine! sehr cool so was haben wir geschafft und es ist jetzt da sehr cool sehr cool ja sehr ja sehr cool ist so was geht hier ab mit ascha mit liebe von ascha neue aufgabe da gibt es da geld allöchen dankeschön so three counter trifft sich mit auf dem schiff okay wo ist er denn er wurde nicht erst mal eine runde im kreis ist ja auch mal was schönes auch nicht was kann sich hier lang röscher bei ihr stückst hallo in herz kälte es ist eine kreis ich bin sehr interessiert das was sie in action in sie für mich er muss sich schon All right, I'm game. Das muss sein. Geil. Klare Ansage. Sehr cool. Sehr, sehr cool. I say and top. So, was geht ab, Asher? Okay, I'm going to go complete. What can you handle these next ones? Rami, whatever you got. He? Uh! He? 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 versuchen tun oder nicht tun es gibt kein besuchen ich werde gesundheit feind erlassen nun doppelt zu viel gesundheit fallen wenn sie mit dem in die schwert geschützt oder zerschnitten deine gegner ist das ist die gesünderzeit schön joo what the fuck warum krieg ich so viele upgrades und was ist überhaupt los aufträge drei leute training jay beach planet sagt 50 mit usher herrscht doch auf dem schiff warum muss ich okay i really don't understand it but we have to do this i guess joo auf der simulation dachte ich ja schön moment ich muss mal hier auf gateway kleiderschrank anzüge sito retro oh gott nein samurais du bist du können Prozent oder war der war der war der war der war der war der schattig da war noch auf wird es auch dann sind auch so wie das ist nur das ist dann manchmal hier auch war vor dem lager der haben wir doch etwas schöner ist für mich jedes erneut die schmiert alle wird so was ist das hier lesen können aus als zu den führungen Matematik will ich aber nicht haben. Ich nehme mal wenn ich den ich in den Minenwerfer komme. Was soll es? So, das ist alles okay. Dies ist doch okay. Verlassen, übernehmen, okay. So, ich werde mal kurz Nein. Ich werde mal kurz mehr anrufen. Hier kommen wir jetzt mal hier Ascher, komm doch mal mit. Und weil es immer lustig ist zwei dabei zu haben, holen wir den guten Matt noch mit. Matty Boy, Matty Matty. Sehr gut, danke schön, komm wir schnell. Crazy, you are crazy, aren't you? Wow, wow, schung, 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 schung. Wut, schung, ups, ist zu mir leid, ist zu mir leid. Okay, Nahkampf, approved. So, wir fliegen. So, wir rennen mal das Gebäude hoch, da oben gibt's mir nicht was Schönes, was ich haben möchte. Glaub ich, ja, gefunden, sehr schön. Und jetzt können wir wieder gehen. Tschüss, Sikowski. Oh, wir haben einen fucking weiten Weg vor uns, Leute. 2000 Meter Meilen, whatever, eins von beiden auf jeden Fall. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, gar kein Problem. Da vorne an der Kirche ist übrigens... Hä? Nein, warte, ich lag falsch. Ich lag falsch, oh Gott, Leute. This can't happen. Ich hab immer noch keine Ahnung, was die Aufträge waren. Oder wahrscheinlich, ähm... Oh, da ist die Ziniac-Statue. Hallo, kleiner Ziniac-Boy! Arsch! Ich nehm mal lieber wieder meine Dis-Integrator-Woche. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, was die ganzen Aufträge waren, wahrscheinlich hier diese Banden-Kill-Missionen, also die ganzen Aliens abschließen sollte, die ganzen Mini-Quests und so. Das hab ich hier alles schon mal, uiuiuiui, gemacht. Und deswegen... Ähm, wird mir das alles schon als erledigt angezeigt. Was natürlich im Umkehrschluss sehr schön ist, da ich dann nicht immer rein und raus brauche, das klingt sehr seltsam. Hier ist übrigens ein Audiolog, den hören wir uns mal kurz an. Von einem early age, mein Vater installierte Pride in Patriotismen in mir, der mich weit in Leben verbringte. Ich dedique mich selbst, um den Kronen zu beurteilen. Ich habe es nicht, obwohl es nicht mit seinen Herausforderungen war. Einer dieser Herausforderungen war, mit den Säten zu arbeiten und um den Syrus-Tempel zu verbringten. Jo, das haben wir am Anfang gesehen. Da ist übrigens noch ein Audiolog... Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich gesehen von der alten Asha. Die Moment, wenn ich in der Untergrund schüttelte, die Krui war, ich wusste, dass es alles hat Potenzial war. Also, die Säten haben sich aus dem Spiel schon seitdem. Also, was? Wir hatten den Boss und wir hatten Johnny Gatt. Was haben wir noch mehr? Ich wusste, dass ich ein bisschen ruf auf den Bänden, aber ich war bereit, zu lernen. Dann der Boss geht und mich die Sons von Sondi. Jetzt, das war ein Draug. Das war ein Draug.